Achtung, Richard kommt! A, 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 aber wie sieht denn der aus? Haha, Trax ist sprachlos, das heißt sogar, den hat's richtig umgehauen. Hey Trax, guten Morgen! Ja, warum schaust du mich so an? Achso, mein Outfit. Nun, ich habe mich einfach dem Thema unseres nächsten Specials angepasst. Du siehst vor dir, Trax, Mr. Phileas Fogg. Wer? Kennst du nicht? Okay, Phileas Fogg ist eine Person aus einem Roman, der in 80 Tagen eine Reise um die ganze Welt macht. Der Roman stammt übrigens von Jules Verne. Und Mr. Phileas Fogg, oder meine Wenigkeit, macht diese Reise um die Welt in 80 Tagen mit seinem Diener namens Passepartout. Und das wirst jetzt du sein. Ach nee! Ja, schau nicht so drein. Wir begeben uns jetzt auf eine Reise um die Welt. Allerdings nicht in 80 Tagen, sondern in nicht einmal 25 Minuten. Und wie das geht, schau dir's an! Und wie das geht, schau dir's an! Und wie das geht, schau dir's an! Wenn du dich, schau dir's an! Und wie das gehört, schau dir weiß, schau dir bist du und da left. Alles, komm! Musik Willkommen zu einer Reise um die Welt in weniger als einer Stunde. Gehen wir also an Bord der Sao Gabriel, an Bord des Flaggschiffes von Vasco da Gama, der knapp vor 1500 mit diesem Schiff die Welt umsegelte. Nun ja, nicht ganz umsegelt hat der gute Vasco da Gama mit der Sao Gabriel die Welt, aber mit der Novara, das ist dieses Schiff hier, wurde die Welt tatsächlich umsegelt und im Auftrag von Österreich. Schloss Miranare steht bei Triest und wurde erbaut im Auftrag eines österreichischen Erzherzogs. Was könnte dieses Gebäude wohl darstellen? Nun, es ist eine Universitätsbibliothek und zwar eine mexikanische, eine der größten der Welt. Und diese gewaltigen Bilder zeigen die Geschichte von Mexiko. Tausende Kilometer entfernt von dieser mexikanischen Bibliothek befinden wir uns hier plötzlich in der Ukraine. Die Kathedrale von Kiew, und zwar die Sophien-Kathedrale, sehen wir hier. Weiter geht's nach Griechenland, genauer gesagt nach Athen, wo wir den Parthenon auf der Akropolis bewundern können. Einsteigen ins fliegende Klassenzimmer, anschnallen und wie im Flug geht's weiter nach Indien. Wo wir das Taj Mahal sehen, und das ist ein Grabmal, das ein indischer Fürst für seine Frau bauen ließ. Dieses mickrige Stückchen Stein soll die berühmte chinesische Mauer sein. 5000 Kilometer lang im Originalzustand, heute noch mehr 2500. Hier in Minimundus, wo wir uns diese Reise um die Welt leisten können, ist sie allerdings nur in einem kleinen Stück abgebildet. Eine der berühmtesten Moschee in der Welt ist jene von Banda AC, die in Sumatra liegt. Auf nach Mexiko, in die Zeit der alten Maya, ein Indianervolk, das mittlerweile schon ausgestorben ist, oder ausgerottet wurde, besser gesagt. Und hier steht in Yucatan, auf der mexikanischen Halbinsel, eine der größten Tempelanlagen und Pyramidenanlagen. Und hier haben wir die Pyramide El Castillo. Der Kumbum-Tempel in Tibet. Der größte buddhistische Tempel der Welt ist jener in Borobudur. Hier sehen wir die Kathedrale San Marco in Venedig. Und dazu den berühmten Campanile, einen Glockenturm. Bleiben wir gleich in Italien und besuchen die wohl berühmteste Kirche der Welt, die Kathedrale San Pietro oder auch der Petersdom in Rom. Sogar die kleinen Brunnen links und rechts und den Obelisken in der Mitte sieht man detailgetreu hier nachgebildet. Die gewaltige Kuppel des Petersdoms und die berühmten Kolonnaden, das sind diese Säulengänge, die den Vorplatz des Petersdoms einrahmen und nur hier diese Öffnung freilassen. Von Italien nach Australien. Ganz schöner Sprung über den Ozean. Und hier sehen wir das Sydney Opera House, das 1973 fertiggestellt wurde. Es besticht vor allem durch seine interessante Architektur. Und hier fährt die Wuppertaler Schwebebahn. Da sieht man, die fährt nicht auf Schienen, das heißt sie ist natürlich schon auf einer Schiene. Allerdings hängt sie dran. Auch Gegenverkehr gibt es da. Der Ludwig, das war halt ein echter Bayer und er hat es gehabt mit den mittelalterlichen Burgen und Schlössern. Und da hat er sich so um die 1870 in Neuschwanstein ein ganz tolles Märchenschloss bauen lassen. Die Burg ist gut, aber jetzt ein bisschen weiter östlich, genauer gesagt in Japan und zwar in Osaka. In Spanien, besser gesagt in Barcelona sind wir hier angelangt, wo die Kathedrale der heiligen Familie steht, die vom berühmten spanischen Künstler Antonio Gaudi gestaltet wurde. Der Künstler ist mittlerweile schon gestorben. Sein Werk noch immer nicht vollendet, es wird noch immer dran gebaut. Und das sieht man auch daran, dass hier im Modell noch ein Baukran steht. Hier sehen wir die Suleiman-Moschee in Istanbul am Goldenen Horn. Eine der größten Moscheen, also islamischer Gotteshäuser der Welt. Und das gibt es nur in Minimundus. Direkt vom Prager Rathaus eine Station weiter das Seeschlossort im Traunsee im Salzkammergut, wo eine bekannte Fernsehserie gedreht wurde. Und wer jetzt das nicht erkennt, der ist selber schuld. Noch nicht erkannt? Nun, vielleicht von vorne. Und vielleicht mit dem Hinweis, 1955, österreichischer Staatsvertrag. Richtig, das Wiener Belvedere, erbaut im Auftrag von Prinz Eugen. Minimundus liegt in Kärnten, genauer gesagt in Klagenfurt. Und dort liegt auch in der Nähe diese Burg, eine der größten in ganz Österreich und wohl eine der bekanntesten Burg Hoch Osterwitz. Diese Burg ist eine der ganz wenigen, die aufgrund ihrer gut ausgebauten Wehranlagen und ihrer Lage nie von Feinden erobert wurde. Ohlala, Paris! Richtig, wir sind in Frankreich angelangt, der Arc de Triomphe in Paris. Und gleich im Hintergrund sehen wir, naja, das ist wohl klar, den kennt jeder, den Eiffelturm. Und in Minimundus sind die Leute mal ganz schön groß geraten im Vergleich zum Eiffelturm. Alles einsteigen, Straßenbahn fährt ab. Weiter zum nächsten berühmten Bauwerk. Ach ja, hier kommt das Wiener Gegenstück zur gelb-weißen Klagenfurter Straßenbahn. Lagt sich auch schon ein bisschen an die Kurve. Pisa, an sich ein kleines, verschlafenes, italienisches Nest, wurde berühmt durch diesen Turm. Denn dieser Turm steht, wie man hier unschwer erkennen kann, ganz schlicht und einfach schief. Mal wieder ein kleiner Abstecher nach Österreich. Das Heidentor in Petronell aus der römischen Zeit von Österreich. Kleines Ratespiel gefällig. Was könnte dieses Bauwerk wohl sein? Wenn wir an die Sydney Opera zurückdenken, vielleicht eine Art Theater. Falsch geraten. Es ist eine Kirche. Sieht man hier, die hatten nicht mal Geld für einen Glockenturm. Die haben die Glocken einfach im Freien aufgehängt. Diese Kirche steht in Brasilia, der Hauptstadt von Brasilien. Und jedes Wiener Kind kennt dieses große Runde-Ding. Das Riesenrad im Wiener Prater. Haben doch hoffentlich alle erraten. Bleiben wir noch ein bisschen in Wiener Prater. Und betrachten wir eine der U-Bahn-Stationen von Otto Wagner, den bekannten Jugendstil-Künstler, und zwar jene am Stadtpark. Wenn wir den Stephansdom schon so nicht aufs Bild bringen, na vielleicht geht es im Hochformat. Na klar geht sich das aus. Aber da kann man ihn nicht so gut anschauen, also gehen wir mal ein bisschen rundherum. Da haben wir auch schon den unausgebauten Nordturm mit der Pomerin der größten Glocke Österreichs. In Eisenstadt, der Hauptstadt des Burgenlandes, steht die Bergkirche oder Josef-Heidenkirche. Hier sehen wir das Wahrzeichen der steirischen Landeshauptstadt, den Grazer Urturm. Und zu eben diesem Urturm, der auf dem Grazer Schlossberg steht, gelangt man mit der Schlossbergbahn. Brüssel, die belgische Stadt, musste man früher mal nicht wirklich kennen. Mittlerweile eigentlich schon, denn in Zeiten der EU ist vor allem dieses Bauwerk das Atomium weltbekannt, ist einem Atommodell nachgebaut. Nachgebaut. Very britisch bewegen wir uns hier zum Tower von London, der als Gefängnis, Schatzkammer, Burg diente. Mittlerweile dient er nur als Waffen- und Schatzkammer. Auf zu einem kleinen Ausflug nach Ungarn, zur Fischerpastei am Donaufer mit der berühmten Matthias-Kirche oben auf. Starten wir einen kurzen Ausflug nach Ägypten, zu einer der gewaltigsten Tempelanlagen des Altertums, Abu Simbel. Was fehlt uns noch auf unserer Weltreise erraten? Nordamerika. Genauer gesagt, die Vereinigten Staaten von Amerika. Und hier sehen wir die Independence Hall in Philadelphia. In diesem Gebäude wurde 1776 die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet und auch 1787 die Verfassung der Vereinigten Staaten beschlossen. Vor dem Gebäude sehen wir George Washington, den ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und was wir hier sehen, ist der Sitz der amerikanischen Präsidenten, das weltberühmte, weltbekannte Weiße Haus in Washington, D.C. Im Hafen von New York steht die Freiheitsstatue, die übrigens vom gleichen Architekten wie der berühmte Eiffelturm in Paris erbaut wurde, nämlich von Gustav Eiffel und die ist schon wieder mal so groß, dass sie im Querformat nicht aufs Bild passt. Daher weichen wir wieder mal aufs Hochformat aus. Die Freiheitsstatue. Amerika und die USA sind untrennbar verbunden mit der Weltraumfahrt. Immerhin war es ein Amerikaner, der als erst, dass er den Fuß auf den Mond setzte und im Rahmen des Weltraumfahrtprogrammes hat die amerikanische Raumfahrtsbehörde NASA auch das Space Shuttle Programm gestartet. Und den Start eines dieser Space Shuttles werden wir in wenigen Augenblicken live erleben, hier in Minimundus. Dear Visitors, the start of the Space Shuttle is taking place where we briefly fliege ... 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 T-minus 2 minutes 25 seconds T-minus 15 seconds T-minus T-minus 8 7 6 We have main engine start 4 3 2 1 And lift off 2 2 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 Control program confirmed. Now heading downrange. Engine beginning throttling down now at 94%. Normal throttle most of the flight 104%. We'll throttle down to 65% shortly. ... 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